Der Raufer weht Und wir drehen uns mit Wenn die Zeiger rotieren Wenn sich alles in Kreisen bewegt Gehst du links, dann geh ich rechts Und wir beide bleiben nicht stehen Bis wir uns wiedersehen Egal wie weit wir uns entfernen Kann man machen Auf dem Radar seh ich nur uns Egal wie weit wir auseinander sind Wow So toll Wir haben den gleichen Mittelpunkt Hey Ey Wenn sich alles in Kreisen bewegt Dann gehst du links Dann geh ich rechts Und irgendwann kreut sich der Weg Wenn wir uns wiedersehen Wenn sich alles in Kreisen bewegt Dann gehst du links Dann geh ich rechts Und wir beide bleiben nicht stehen Nein, nein Was wir uns wiedersehen Yeah Ja 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 Das ist Johannes Oerding, ich halte mal kurz das Mikrofon ran, sag mal hallo. Hallo, hört ihr mich? Ja! Johannes! Wie cool ist das denn bitte? Hallo! Maurice hat gerade Kreise gesungen. Schönen guten Abend, Maurice hat Kreise gesungen? Ja genau. Maurice, ich schließe dich jetzt schon in mein Nachtgebet ein. Sehr, sehr schön, vielen Dank. Dankeschön, danke. Also nach mir, mich auch immer. Hast du einen Tipp für Maurice, für welches Team er sich entscheiden soll? Es haben sich Michi und Smudo und Vincent umgedreht. Johannes, mach jetzt keinen Scheiß. Ah, Maurice, das ist gar nicht so leicht. Wenn du richtig, richtig singen lernen willst, hätte sich eigentlich Lena Mayland gut umdrehen müssen. Aber ich, in dem Fall, ich meine, ich bin selber Fan von den Phantas. Oh, ja, 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 ja. Wenn du dahin gehst, dann kannst du mit Smudo und Pilotenschein... Ich kürze das Ganze mal ab. Der war nicht schlecht. Der war sehr gut, ja. Also eigentlich ist er ein Freund von mir, wirklich. Hatte ich so eine Erinnerung. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber Maurice, vielen, vielen Dank für den wunderschönen Auftritt. Ich habe den Song schon sehr, 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 sehr oft gehört. Durch meinen Ex-Freund, den ich gerade angerufen habe. Hast du ja gehört, der Johannes findet uns ja auch ganz gut. Und wir haben ja auch sehr viel und schon sehr lange mit deutscher Sprache in Musik zu tun, auch wenn wir jetzt nicht singen. Aber ein Gefühl kannst du durch singen oder durch rappen oder durch alle möglichen Formen ausdrücken. Und ich fand, du hast tatsächlich das so hingekriegt, dass dieser Text von Johannes sich nicht nach Johannes angehört hat, sondern nach dir, nach Maurice. Und das ist ja das Tolle, was man hinkriegen muss, wenn man in seiner Muttersprache singt. Und das hast du geschafft. Und deswegen haben wir uns umgedreht und wir wären natürlich auch super glücklich, wenn du bei uns im Team wärst von nun an. Bin sehr, sehr gespannt auf deine Battles. Ich auch. Und was für einen Song wir da aussuchen? Ja. Ihr beide? Ihr redet schon, also es gefällt mir. Maurice, hast du eine Idee schon? Das ist mir schon zu privat hier. Ja, also ich feiere alle von euch total. Totale Favorites, Musiklegenden, super Sänger. Ja, aber ich glaube, ich sollte auf mein Herz hören. Und das sagt mir... Hey, da müsste Musik sein. Oh! Herzlich willkommen! Vielen, vielen Dank. Danke. Hallo Mama, hallo Papa. Hi! Warte, ich hab noch ein Geschenk für dich. Top, dass du dabei bist, Maurice. Das ist ein cooler Typ. Dankeschön. Das ist für dich. Vielen, vielen Dank. Danke für den Ausdruck. Vielen Dank.